Aber wir kommen wieder zurück Weiß nicht, wissen wir die Steuerung noch? Er ist im Gebäude, ich wiederhole, Prophet ist im Gebäude An alle Einheiten, Sichtung von Prophet bestätigt Er ist am Pier Machen Sie den Mystiker fertig Ja, das ist voll easy Das ist mega easy Ja, ich geh halt weg Ziel verloren Verstanden Ich bin hier so runter Zahnfeld aktiviert Zahnfeld aktiviert Los, los Ja Völlig normal, Freunde Anwendet Jetzt spinnt er schon wieder Man glaubt es doch nicht, oder? Man glaubt es nicht Das hast hier Alter Das hast hier in Crisis, Alter Okay, jetzt OBS Jetzt spürt OBS ab Freunde, einen Moment So, jetzt hat Was ist denn dort los? So, Mikrofon Ähm, wenn du jetzt das auch noch abkackst Dann rede ich richtig, Fahrrad am Rad Hüpp, das ist auch explodiert gleich So, Sonntagsspaziergang ist wohl nicht mehr gelungen Aber ich versuch's trotzdem Hier in Ruhe zu spazieren zu gehen Hä? That war der Karte Danke schön Ich hoffe, ich habe dir Ich hoffe es hat mich Ich hoffe, ich werde dir Ich habe dich Ich habe dich Oh, Wahnsinn. Ja! Ist nicht so cool. Wenn ich Ska halt nicht so viel Rückstoß hätte. Aber die hat Rückstoß, als würde die Erde nicht existieren. Ja, Alter! Vollidiot. Ey, der stimmt nicht mit euch. Oh. Mann am Boot. Das stimmt nicht mit euch. einen moment freunde ich habe hier mit der tastatur ich habe die gestern geputzt ja seid ihr was gemacht ja ich habe sie geputzt ich habe leider handball vergessen wieder dran zu machen und ist mir gerade aufgefallen dass ich ohne die überhaupt nicht zocken kann aber schon viel besser weil sonst die tastatur so weit oben ist ok da hinten gambelt noch einer rum keine ahnung wo da ist er kommen wir alle her wollt ihr mich verarschen da wird nichts da Sie wollen mich doch alle verarschen. Ich habe eh schon überlegt ob ich mit Controler spiele, weil das könnte ich eigentlich nicht machen, aber Ego-Shooter bin ich überhaupt nicht mehr gewöhnt, Ego-Shooter einfach ohne Kontrolle zu zocken. Rollenspiele klaren er bis auf Elex jetzt, weil ich habe Elex auch zockig, so privat mache ich jetzt kein Let's Play, aber die Staube von Elex ist Katastrophe mit Tastatur. Ich versuche mal mit dem Controller zu playen. Das ist ganz wegg chilliger. Nur ein wenig chilliger. So, gut dass ich die Steuerung jetzt nicht weiß. Ein Moment, Steuerung, Gamepad, Gamepad-Steuerung. Das, das, Ziellöschung. Komm, mach mal fahren. Panzergeld 1, Zahnfettetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet. Und. Ne, ne, ne. Ach komm. Jetzt noch zu langsam. Na, was ist das? Oh, Mann. Ach komm. Ich hab grad gecheckt, ja ich stelle wieder tausend dinge wiederum. Munition ist gleich weg. Ok, wie macht man das jetzt? Ah. Oh scheiße! Wo sind sie getroffen? Ah! Ah! Bitte komm! Tammfeld aktiviert! Ok. Hallo Mensch. Der ist down. Wir müssen nach oben. Ok. Oh! Nein, bin ich nicht. Bin ich nicht. Tammfeld aktiviert. Oh ja, wir haben eine E-Mail. Wir müssen den Computer kaputt machen. Das war's. Tammfeld aktiviert. Tammfeld aktiviert. Tammfeld aktiviert. Ok. Da ist nur Munition. Ok. Wie geht's denn hoch? Irgendwo muss doch eine Treppe säuen. Da nicht. Tammfeld aktiviert. Da auch nicht, da nicht, da auch nicht. Oh, ein Aufzug. Tammfeld aktiviert. Ich hab sie auf der Überwachungskamera. Da oben sind, äh, drei Mann. Erledigen sie sie, bevor sie was finden. Er hat es anscheinend eilig. Tammfeld aktiviert. Tammfeld aktiviert. Ok, Freunde. Ab ins Labor mit uns. Ok, der ist das weg. Wo ist dieser Mistkerl im Anzug? Hier. Äh. Digga. Wo ist denn der dritte? Eins, zwei sind tot. Wo ist der dritte? Wo ist denn der dritte? Zerstören Sie das Terminal und hauen Sie ab, Profits. Ein Hubschrauber ist in Ihre Richtung unterwegs. Beeilen Sie sich. Ach, der ist da hinten. Ach. Mein Einsatzgebiet ist sicher. Ach, Nummer eins. Ihr Ziel ist im Labor im Lagerhaus. Erledige ihn. Überstand, Herr. Scheiße, er ist hier! Oversight. Ziel ist im Labor. Erledige ihn. Tammfeld aktiviert. Was soll ich mir siegen? Oh nein! Die zerlegenes Labor. Jahrelange Vorgang. Einfach weg. Okay. Okay. Die wollen mich jetzt halt ficken, hm? Die wollen mich jetzt halt ficken, hm? Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich hier hochkomme. Ich bin so ein und so ein. Ich bin so ein. Tammfeld aktiviert. Ach. Tammfeld aktiviert. Dann bin ich geschlafen. Es werden nie im Netz. Es ist auch das, was man nachher. Tammfeld aktiviert. Tammfeld aktiviert. Ich komm gar nicht so weit. Ja, keine Munizum mehr. Oh, ne Traw. Keule. Flickscope. Flickscope. Halt, ist was falsch. Ey. Ja, ja. Oh. Ich bin heute irgendwie nicht ganz moch. Oh nein! Die zerlegen das Labor. Jahrelange Forgung. Ein Paar weg. Verkehrt ausprobiert. Schüsse ausgefallen. Gesehen auch. Anstand. Wir haben uns. Tarn wird aktiviert. Oh nein! Ich kann mir gar nicht. Jetzt. Oh nein! 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 Okay. Okay. Okay, okay, okay. Okay, bin ich auf den Sack. Ja, lad da ganz gemütlich nach. Wo ist denn der Pisser da oben? Ach, Alter. Und der Leiter unfassbar schnell nach. Ich habe auch eine Schatzposition zu schießen. Ich steige jetzt aus. Prophet, raus da, Mann. Die Dreckskerle bomben sie auf den Grund des Flusses. So. So. So 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 eine Jaw liegt hier nicht rum oder? So Es wird sehr ungemütlich hier So 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 Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, wow, wow. Alter, bin voll überfordert hier. Hä? Hä? Oh, ja, U-O-D, got me up, yeah. Oh, yeah, U-O-D, got me up, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Scheiße, wir gehen runter. Boah. Hey. Hey. Oh. Ja, ich glaube, ich so komme raus. Oh Mann, sie leben noch, Gott sei Dank. Ich sende jetzt Koordinaten an den Anzug. Es ist nicht weit. Ich habe hier auch eine Mulde, veraltetes Krainet-Zeug, das ich bei meiner Kündigung mitgenommen habe. Ich bin nicht so leistungsstark wie das im Labor, aber es muss reichen. Okay, Freunde, jetzt... Jetzt regst du dich mal wirklich alle auf den Sack hier. So, das ändern wir ja. Wie kann man die verändern, Gott? Oh, Schalldämpfer, das ist ja gut. So. Okay. Dann haben wir das hier noch. Oh, ich dachte schon, du kannst jetzt einen Rotpunkt, du kannst hier Schalldämpfer, oder? Es ist direkt hinter der Flutbarriere. Na los, Mann. Ja, also es schimmert da live, Mann. Ich glaube, wir müssen runter. Was ist denn das? Ich glaube, es ist das gleiche, oder? Okay. Was ich hier runter muss? Ich weiß es nicht, Freunde. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, oder? Ich- Okay. Okay. Äh, wo muss ich denn nochmal hin? Ich weiß, es ist nicht Dingo dahinter. Aber da muss ich wahrscheinlich hoch. Ich hab keine Energie. Hä? Hier komm ich eh nicht ran. Fliegt der noch? Ich glaube... Hä, wo muss ich denn hin? Wie komm ich hier raus? Ich soll doch wieder hoch, oder? Oh! Ah! Ah! Ja! Natürlich! Was ist da unten? Nix... Weiß nichts. Es gibt ja zum Sammeln irgendwas. Ah! Äh! Geht es hier noch ein zweiter Weg? Nee! Wir sind auf jeden Fall hoch. Jetzt weiß ich... Ich geh mal hoch. Das war jetzt schon etwas komisch. Der Kampf... Wir haben uns wieder dumm gestellt. Ja, ja. Wir haben uns wieder dumm gestellt. Ich muss ja erstmal dran gewöhnen. An den Controller jetzt. Aber... Ich hab irgendwie keinen Bock mit der Tastatur heute zu spielen. Irgendwie keinen Bock. Ah! Ah! Kontrollpunkt erreicht. Das ist schön. Das ist schön. Ach nee! Nicht noch... Noch ein paar. Ja! Hallo! Oh! Ich mach mal die... Ja! Alter! Der ist der! Stippert, Kumpel! Ja! Ja! Der ist geil!